Hast du auch oft das Gefühl, dass du dir selbst im Weg stehst? Du exakt dann, wenn es darum geht, eine Herausforderung anzugehen, dich irgendwie rausziehst, du sagst dir vielleicht, ja, bringt eh nichts, ich kann das sowieso nicht. Oder ich gebe das ja sowieso gleich wieder auf. Warum die Herausforderung überhaupt angehen? Ich selbst kann ein langes Lied davon singen. Selbstsabotage kennen natürlich nicht nur ADOS oder ADOS-Brainage. Ist klar. Doch ich denke, dass viele von uns eben wegen der exekutiven Dysfunktion noch häufiger davon betroffen sind oder vielleicht auch intensiver als andere. Schliesslich haben wir ja auch ein Leben lang immer wieder Beweise dafür erhalten, dass vieles halt nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Und viele von uns haben auch häufig oder häufiger als andere Kritik einstecken müssen. Und heute mag ich einfach ein paar Gedanken dazu teilen, wie wir besser mit Selbstsabotage umgehen können. Und hier noch der notwendige Disclaimer. Ich bin keine Therapeutin und ich spreche vor allem aus eigener Erfahrung und auch aus dem, was sich in meinen Coachings mit anderen bunten Brains so zeigt. Okay. Es gibt meiner Meinung nach zwei ganz wichtige Voraussetzungen, die du mitbringen musst, um überhaupt an deiner Selbstsabotage was ändern zu können. Erstens, die Scham und die Wut gegenüber dir selbst loszulassen, die du wahrscheinlich immer wieder dir gegenüber empfindest. Also du wirst dich vermutlich immer wieder selbst zurechtweisen. Warum mache ich das immer wieder und warum kann ich nicht einfach und was stimmt nicht mit mir? Wieso schaffe ich es nicht mal, diese Hürde zu bewinden? Oder wieso kann ich mich jetzt nicht committen? Wieso rede ich immer so mit mir selbst und so weiter? Und da ist es mir jetzt erstmal so wichtig, dass du erkennst, dass du das nicht absichtlich tust, dich nicht absichtlich sabotierst. Es ist kein moralisches Versagen, auch wenn es sich vielleicht für dich so anfühlt, weil dir alles so im Weg steht. Doch dahinter stecken oft alte Prägungen und Muster. Meine Therapeutin hat das eigentlich super schön erklärt. Sie hat mir mal gesagt, wegen meinen Glaubenssätzen, die mich sehr zurückhalten im Leben immer wieder, dass das mal Schutzprogramme waren für mich, die mir mal gedient haben. Und jetzt dienen sie mir halt einfach nicht mehr. Und darum ist es wichtig, dann aus diesen Mustern versuchen auszusteigen at some point. Zweitens verstehen, was bei dir persönlich die Mechanismen sind. Denn wie gesagt, alle total verschieden. Denn bei manchen ist es Trauma, bei anderen kommt die exekutive Dysfunktion, also die Mühe mit Planen, Selbstregulation priorisieren und so weiter zum Tragen. Es können aber auch Ängste sein oder Depressionen oder alles irgendwie kombiniert. Das gibt es ja halt einfach auch nicht selten. Nur so weisst du auch, wo du nach Lösungen suchen kannst. Und das geht oft halt am besten in Gesprächen mit anderen. Mit FreundInnen, TherapeutInnen oder auch Coaches. So, was hat denn für mich persönlich gut funktioniert gegen die Selbstsabotage? Bei mir liegt es vor allem daran, dass ich einen völlig überhöhten Anspruch an mich selbst habe. Eben darum das Video über Perfektionismus. Und gleichzeitig kämpfe ich aber oder kämpfte ich zumindest immer wieder mit Minderwertigkeitsgefühlen. Keine coole Mischung. Und da kommt sicher noch mehr dazu. Und das ist bei mir vor allem auf Erlebnisse in der Kindheit zurückzuführen und auch zurückzuverfolgen. Und es liegt eben wirklich bei mir auch an meinen persönlichen ADR-Struggles. Vor allem auch die emotionale Disregulation. Und für mich persönlich sind folgende Pfeiler wichtig oder waren wichtig und bleiben auch wichtig. Dass ich immer wieder meine Glaubenssätze erkenne und mich dabei erwische, wie ich mir so unwahre Geschichten erzähle. Und mir dann in einem nächsten Schritt selbst beweise, dass diese Geschichten und Glaubenssätze einfach nicht wahr sind. Dazu gibt es mehrere super Übungen. Also man kann da nach Glaubenssätzen auflösen, googeln. Und ich habe aber spezifisch eine, die ich sehr, sehr cool finde und auch in den Coachings anwende. Sie heisst Record, Rationalize, Replace. Link ist in der Beschreibung. Mir hilft auch immer wieder diese gute, alte, wahrscheinlich ziemlich ausgelutschte Übung, mich immer wieder zu fragen, was ich denn einer Freundin zum Beispiel von mir raten würde, wenn ich sehen würde, dass sie so mit sich spricht, also sich so fertig macht oder sich selbst so aufhält oder sich irgendwelche komischen Stories erzählt, die nicht stimmen. Natürlich ist das nicht einfach, aber solange es zwischendurch funktioniert, finde ich die Methode eigentlich schon perfekt. Und dann ist es für mich persönlich super wichtig, immer wieder an meinen Stärken zu arbeiten, meine Stärken zu erkennen, zu erkennen, dass ich Dinge kann und dass ich aber auch Dinge noch entwickeln darf und auch Fehler machen darf und das aber für mich möglich ist und dieses Potenzial halt da ist. Dann etwas, was sehr oft untergeht, finde ich, die Behandlung der ADS-Symptomatik, die mich in dem Bereich besonders belasten oder aufhalten und eben dazu führen, dass ich mich gefühlt selbst sabotiere, auch wenn das überhaupt nichts damit zu tun hat. Und in meinem Fall sind das Medikamente in Kombination mit Therapie und Coaching. Der für mich letzte sehr wichtige Pfeiler, der mir eingefallen ist, ist auch der Austausch mit Gleichgesinnten und zu sehen, dass man mit diesen Geschichten nicht alleine ist und dass es ja auch ein Stück weit normal ist. Und dazu habe ich auch in der Beschreibung und im Kommentar einen Link zu meiner Community und dieser gegenseitige Support und die Wärme ist einfach das Schönste für mich jeden Tag. Selbstabotage hat nichts mit Versagen zu tun oder schlechter zu sein als andere. Du trägst keine Schuld dafür und du darfst dir verzeihen und deine Energie, die du darauf verschwendest, dich selbst immer zu heuch zu weisen oder dich dafür zu hassen, da zu investieren, wo sie dir persönlich hilft, ein gutes, besseres Leben zu führen. Ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspiriert. Teile gerne in den Kommentaren, wie es dir selbst so ergeht mit dem Thema Selbstabotage. Wenn du mehr Infos rund um ADHS und ADHS haben möchtest, abonniere gerne meine Newsletter und lass mir auch sehr gerne einen Like da und ein Abo. Damit unterstützt du mich und meinen Content wirklich sehr. Und ich freue mich einfach, so eine wachsende Community zu haben. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Tschüss!